Aber ich war zu faul, bzw. ich hatte so viel Zeug dabei und dann, nee. Und ja, ich glaube, da ist man gut aufgehoben hier. Ich habe zwar gerade erst kein Frühstück, aber es ist super. Ich kann auch schon wieder essen. Jetzt gehe ich auf jeden Fall erst mal noch zu diesen zwei Sessions über die Kurzfall und hoffe, dass ich da noch ein bisschen was reißen kann. Ich gehe jetzt mal, ups, Tür öffnen muss man können. Ich werde euch jetzt mal erzählen, was ich für Klaas es letztendlich bekommen habe und nehme. Guten Morgen! Ich werde euch gleich mal erzählen, was heute so ansteht. Denn für heute ist eines geplant. Und es schneit so heftig draußen. Ich bin schon wieder komplett nass. Wir haben ja, also der Schneesturm, ich weiß nicht, habe ich das erzählt? Gestern war hier ein Schneesturm oder auch über Nacht und ich glaube, das geht immer noch. Aber die haben alles gut geräumt. Also man kann super laufen. Weil gestern Abend, als ich von der Pyjama-Party zurückgelaufen bin, also gestern Abend war noch so eine Pyjama-Party, wo wir im Prinzip Spiele gespielt haben wieder. Und das war wieder in dieser Dorm-Hall, die zehn Minuten von hier ist. Und dann bin ich zurückgelaufen durch den tiefsten Schnee. Also naja, so tief war es nicht, aber halt schon eine Summe. Und das war ein bisschen schwierig, weil da halt nichts geräumt war. Aber jetzt war das geräumt, also super. Und ja, heute steht wirklich viel auf dem Plan. Also ich schaue mal. Ich war jetzt gerade frühstücken. Also wegen dem Essen will ich mich echt nicht beschweren. Es ist wirklich gut und ich glaube, es wird einfach nur noch besser, wenn jetzt dann es noch mehr Optionen gibt. Die Essenspläne werden uns heute auch übrigens erklärt, damit man das mal versteht. Weil es gibt irgendwie mehrere Dining Halls. Und bei einer ist das eher so Restaurant-mäßig und in der Clinton Hall, also wo ich immer hingehe, da ist es halt immer Buffet. Und ja, das wird uns auf jeden Fall heute noch erklärt. Und dann haben wir... Oh, ich muss unbedingt meine ID-Karte abholen. Ich wollte das eigentlich jetzt gerade machen, weil das eigentlich direkt über der Clinton Hall ist oder über der Dining Hall. Aber ich war zu faul. Beziehungsweise ich hatte so viel Zeug dabei und dann... Nee, habe ich es nicht gemacht. Aber das mache ich heute auf jeden Fall noch. Und dann um 10.30 Uhr haben wir einen Vortrag über Academic Expectations und Resources. Ich glaube, da geht es einfach darum, was von uns erwartet wird, so im akademischen Sinne. Und ja, da werden wir auch unterteilt in Students, die jetzt nur für ein Semester da sind oder Students, die hier auch einen Abschluss machen wollen. Dann ist Lunch, also dieser Workshop über Academic Expectations und Resources, der geht ganz schön lange. Deshalb ja. Und danach haben wir ein Workshop über My Platsburg. Also das ist dieses Internetportal, was die nutzen, um halt alles zu organisieren. Und das wird uns heute erklärt. Und danach gibt es nochmal einen Vortrag über die Health Insurance, also was da alles drin ist, denke ich mal. So ähnlich wie wir gestern schon über Healthcare bekommen haben. Und danach ist der Vortrag über die Meal Plats, also wie das hier funktioniert. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und danach ist dann ein Treffen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das schon das Treffen ist mit der Campus-Polizei hier. Weil die haben uns gesagt, dass wir auch irgendwann mal die Polizei treffen und uns über die Campus-Safety eben noch was erklärt wird. Aber ich glaube, das ist das. Genau. Und heute Abend ist, glaube ich, wieder einfach Spiele, Group Activity-Spiele in der Hall, wo wir jetzt auch die letzten zwei Abende waren. Und dann, genau, das ist so der Plan für heute. Und ja, es geht um 10.30 Uhr los und dann ist eigentlich alles durchgetaktet. Ich schaue mal, wo ich euch so mitnehmen kann. Versuche ein bisschen was mitzufilmen. Und ja, dann hören wir uns später wieder. Ich schaue mal, wo ich euch so mitnehmen kann. Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Ich bin jetzt wieder in meinem Dorm. Wir haben es 16.10 Uhr. Ich hoffe, man sieht es. Und ich bin todmüde. Ihr wisst nicht, wie müde ich bin. Wenn wir jetzt, es hittet schon immer am Ende des Tages die Müdigkeit. Später bin ich dann auch wieder wacher. Aber jetzt gerade am Nachmittag habe ich immer ein Nachmittags-Tief. Aber ich komme jetzt von allen Vorträgen. Es ist eigentlich alles zu heute sozusagen geschafft. Beziehungsweise nicht ganz. Aber wir hatten im Prinzip, wie ich schon erzählt habe, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, Vortrag über... Ja, mit was haben wir angefangen? Also erstmal so ein Vortrag über die... Was wir so belegen müssen. Beziehungsweise was so die Anforderungen an uns Exchange Students sind. Also akademische Anforderungen. Da ging es halt darum, dass man nicht so Plagiate machen kann. Und da wurde nochmal die Bibliotheksseite, wenn man da Hilfe braucht, vorgestellt. Sowas halt. Und dann sind wir erstmal Mittagessen gegangen. Und dann hatten wir drei Vorträge eigentlich komplett hintereinander. Und zwar einmal der Vortrag... Mein Akku ist alle... Ich muss ihn, glaube ich, kurz wechseln. Auf jeden Fall hatten wir eben drei Vorträge hintereinander. Einmal über MyPlattsburg. Aber da wurde uns jetzt auch nicht so viel erklärt. Also ich weiß jetzt nicht so genau, wie es funktioniert. Aber ich glaube, das findet man dann heraus. Dann ein Vortrag über die Meal Plans. Im Prinzip hätte ich halt... Weil ich wusste mir gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Aber es gibt sozusagen drei Meal Plans. Und als Exchange Student kann man zwischen diesen drei Meal Plans auswählen, welchen man hat. Und als Freshman kann man allerdings nur... Gibt es nur einen einzigen Meal Plan, den man nehmen kann. Und den muss man sozusagen nehmen. Und der Unterschied zwischen den Meal Plans ist, dass man halt eben... Also es gibt sozusagen Swipes, wo man mit der Karte so swipet und damit sozusagen bezahlt. Oder Dollars. Also die heißen so was wie Dining Dollars heißen die, mit denen man bezahlen kann. Und es gibt sozusagen zwei Dining Halls und noch ganz viele so Cafés. Und in diesen Cafés muss man meistens mit Dining Dollars bezahlen. Und auch in der einen Dining Hall, die heißt Sundowner, muss man auch mit den Dining Dollars bezahlen. Aber es gibt auch... Da gibt es auch Meals, wo man mit Swipes machen kann. Und Clinton Hall ist eben Swipes. Also... Und der Freshman Plan ist halt, dass man unendlich viele Swipes hat. Das heißt, man kann überall essen, wo es man nur mit der Karte, mit den Swipes, halt mit seiner ID-Card, da einmal durchswipen muss, kann man alles umsonst essen. Und man hat eine bestimmte Anzahl an Dining Dollars. Bei mir sind das jetzt 95 Dollar, also diesen Freshman Plan. Das heißt, ich kann sozusagen wahrscheinlich neun bis zehn Mal mit... Wenn ich jetzt in die Sundowner Dining Hall gehen würde, da essen, wisst ihr? Das ist halt... Die Sundowner Dining Hall ist eher so restauranmäßig, dass es da ein mexikanisches Restaurant gibt, indisches oder so. Also die hat jetzt auch noch nicht offen, von daher ich weiß noch nicht, wie das ist. Aber ja, das ist sozusagen der Freshman Meal Plan, dass man unendlich viele Swipes hat. Und dann gibt es noch zwei andere Meal Plans, wo halt man dann mehr Dining Dollars hat. Also mehr so halt mit den Dollars bezahlen muss und aber nur eine begrenzte Anzahl an Swipes hat. Und ja, da unterscheiden sich nochmal die beiden einfach in der Anzahl, die man an Swipes hat und Dining Dollars. Also ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber so ist das auf jeden Fall das System hier. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit auch noch zu wechseln und eben nicht unendliche Swipes zu haben, sondern dann mehr Dining Dollars, wenn ich halt jetzt mehr irgendwie im Sundowner Dining Hall essen würde. Aber ich bin ja fein mit dem Essen in der Clinton Hall. Von daher werde ich es auf jeden Fall bei dem Freshman Plan lassen, weil ich dann einfach unendlich oft in die Clinton Hall gehen kann und einfach unendlich viel essen kann. Super! Und dann hatten wir noch eine Session über die Health Insurance, was da alles mit drin ist. Da muss ich jetzt auch gleich nochmal diese App runterladen, damit ich die Karte immer bei mir habe, weil wir die nun im Papierformat bekommen haben. Also unsere Health Insurance Karte. Und ja, damit man die einfach dabei hat, werde ich jetzt mal mein Handy tun. Und dann haben wir noch einen Vortrag von der Police, also von der UP, University Police. Da war einer da und hat gesagt, was die so halt an Services anbieten. Und die bieten auch recht viele Services an. Also zum Beispiel auch, wenn man in der Library noch bis, keine Ahnung, ganz spät nachts ist, kann man sogar sich eine Begleitperson sozusagen buchen oder kann man da auf jeden Fall anrufen und sagen, ja, ich traue mich jetzt nicht, da zu meiner Dorm Hall zu gehen und dann begleiten die einen sogar oder fahren einen sogar dahin. Also das ist echt nicht schlecht. Und ja, ich glaube, da ist man gut aufgehoben hier. Ich hatte aber auf jeden Fall Spaß bei den Vorträgen. Ich mache jetzt auch immer mehr mit den Franzosen. Also es gibt so vier oder fünf Franzosen, die auch Exchange Students sind. Und ich bin ja keine Exchange Student, aber ihr wisst halt, die auch nur ein Semester bleiben. Da kann ich auch ein bisschen Französisch sprechen, das ist ganz lustig. Ja, für heute Abend ist dann jetzt noch eine Veranstaltung geplant, wo, ich weiß nicht genau, was da passiert, aber da sollen wir auf jeden Fall hingehen. Es ist schon so auch Gaming-Night orientiert, aber irgendwas Wichtiges wird auch nochmal gesagt. Keine Ahnung, gehe ich auf jeden Fall hin, aber jetzt chill ich hier erstmal auf meinem Zimmer und schlafe. Nee, also ich kann ja nicht schlafen, wenn es hell ist, aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal es ruhig angehen lassen und dann ab 18.30 Uhr geht es weiter. Guten Morgen, wir haben Freitag, letzter Tag der Orientation Week und ich habe heute auch gar nicht so viele Veranstaltungen mehr, weil vieles jetzt eigentlich nur für die Studenten ist, die hier länger bleiben als ein Semester. Deshalb war ich jetzt auch nicht bei der ersten Session, sondern gehe jetzt zur zweiten, wo wir unser I-20-Formular mitbringen sollen. Also bin ich mal gespannt, was die uns dazu nochmal sagen. Ich denke mal, dass es ums Reisen gehen wird, dass man halt da unterschreiben lassen muss, wenn man aus der USA oder aus New York, glaube ich, sogar schon ausreicht. Ja, und danach ist, denke ich, auch schon wieder Mittagessenzeit. Ich habe zwar gerade erst gefrühstückt, aber super, ich kann auch schon wieder essen. Genau, das mache ich jetzt. Und das Wetter ist heute mal so schön. Schaut euch das an, einfach die Sonne scheint und der Schnee. Und ja, sehr schön. Ich komme gerade vom Mittagessen und werde jetzt auch gleich schon wieder losgehen, weil ich ein... Also die Nachmittagskurse sind für uns heute, also für die Exchange Students freiwillig. Weiß ich nicht, ob ich das schon... Ja, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich muss da aber trotzdem hin, weil ich eben meine Kurse ändern will noch. Und ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Aber mal schauen. Ich werde auf jeden Fall euch danach dann berichten, welche Kurse ich jetzt dann final habe und wie mein Weekly Schedule aussehen wird. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorstelle. Weil zurzeit ist mein Weekly Schedule echt nicht gut. Ja, und dann muss ich mich halt auch darum kümmern, dass ich alle Bücher zusammen bekomme, die man dafür braucht. Das ist so teuer hier, diese Bücher. Wow. Ich werde schauen, ob ich die in der Bibliothek ausleihen kann oder als Online-Version für ein paar Tage, also für 100 Tage oder so, kaufen kann. Dann ist das in meinen meistens schon günstiger. Aber we will see. Ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal noch zu diesen zwei Sessions über die Kurswahl. Und hoffe, dass ich da noch ein bisschen was reißen kann. Danach ist noch ein Community Dinner. Eben, das habe ich ja auch schon gesagt, glaube ich. Weiß ich nicht, warum ich... Sorry, wenn ich mich irgendwie wiederhole. Ich vergesse in der Zeit so viel. Also Community Dinner und Bingo Night. Ja, aber jetzt gehe ich erstmal zu den Kurswahlen. Wünscht mir Glück. Drückt mir die Daumen, dass ich den perfekten Schedule für mich bekomme. Kurse sind erfolgreich gechanged. Ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich so 200 Prozent wollte. Aber ich finde es auf jeden Fall okay. Ich gehe jetzt mal... Ups. Oh, Tür öffnen muss man können. Ich gehe jetzt gleich mal zurück in meinen Dorm. Und dann erzähle ich euch genauer, was für... Oh, oh mein Gott. Stufe. Ja, laufen. Multitasking fähig bin ich auf jeden Fall nicht. Nein, Spaß. Also ich gehe jetzt zurück in meinem Dorm. Und dann erzähle ich euch mal ganz in Ruhe, was für Kurse ich jetzt belegen werde. Ja. Ich bin zurück in meinem Dorm. Und ich werde euch jetzt mal erzählen, so was ich für Classes letztendlich bekommen habe und nehme. Also, ich stelle euch einfach erstmal die Classes vor, die ich habe. Ich habe die ja schon mal genannt. Ich werde das jetzt hier. Ich versuche es kurz zu halten, wisst ihr? Also ich habe einmal Psychology. Also General Psychology. Das ist so der Einführungskurs in Psychologie. Dann habe ich Nutrition und Wellbeing. Also die beiden sind gleich geblieben. Und auch der Theaterkurs ist noch auf meinem Schedule. Ja, der ist auch gleich geblieben. Und ja, dann hatte ich ja das Problem, dass ich 14 Credits hatte und eben noch Spanisch hatte und diesen Personal Training Kurs. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, weil es einfach nur sehr, sehr wenige One-Credit-Kurse gibt, die mich so interessieren, beziehungsweise die an einem Donnerstag und Dienstag sind und nicht an einem Freitag, habe ich mich dazu entschieden, den Spanisch-Kurs zu droppen und auch diesen Advanced-Kurs in Personal Training, weil hätte ich jetzt nur den Spanisch-Kurs gedroppt, dann hätte ich ja einen One-Credit-Kurs gebraucht. Und das wäre schwierig gewesen, weil, also dann hätte ich einfach im Endeffekt viel mehr Stunden pro Woche gehabt, weil jeder One-Credit-Kurs, den ich so gesehen habe, der war zweimal die Woche über eineinviertel Stunden. Und ich dachte mir so, jo, für einen Credit zweimal die Woche eineinviertel Stunden oder eineinhalb Stunden da zu sitzen, nee, das sehe ich nicht ein. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, dann droppe ich den auch, damit ich wieder auf neun Credits bin und dann nehme ich noch eine andere drei Credits-Class. Ja, also ich dachte mir, das sei einfach besser für mich. Und deshalb habe ich jetzt eben diesen Personal Training Kurs gedroppt und habe stattdessen Introduction to Gender and Women's Studies genommen. Das klingt doch auch ganz interessant. Und das ist eben auch nur Dienstag und Donnerstag. Und somit habe ich jetzt den Freitag eben frei. Also, nee, Spaß. Was für... Ich labere schon wieder so eine Kacke. Nein, ich habe den Freitag nicht frei. Ich habe eben meinen Psychologie-Kurs da bis 9.50 Uhr. Aber dann habe ich frei. Und ich habe jetzt generell auch nur montags und freitags einen Kurs. Also eine Klass. Und zwar eben Psychologie und dann frei. Und Dienstag und Donnerstag habe ich dann immer drei Klasses. Also die anderen drei Klasses eben. Ja, aber da auch am Morgen zwei Klasses und dann am Abend den Theater... Die Theater-Klass. So sieht es aus. Und ja, ansonsten ist es Montag, Freitag, Mittwoch. Ziemlich frei, muss man sagen. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, ich bin damit zufrieden jetzt. Ähm, ja. Ich muss mir das nochmal überlegen. Aber ich glaube schon, dass ich damit zufrieden bin. Und ja, das wird super. Und jetzt werde ich noch ein bisschen hier chillen. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht nochmal rausgehe und mal an diesen Fluss spaziere, weil es da echt schön sein soll. Aber mal schauen, was ich jetzt noch so mache. Und das war es dann tatsächlich auch schon mit der Orientation Week. Also klar, wir haben noch diese Dinner und Bingo Night heute Abend. Aber das Wochenende haben wir frei. Und ich denke, morgen wird mein Roommate hier auch ankommen. Und dann wird es eh alles ein bisschen anders, glaube ich. Auch wenn jetzt hier die ganzen Students arriven. Weil ich bin tatsächlich in der größten Dorm Hall. Das ist hier, glaube ich, 10 Stockwerke hoch oder so. Und hat schon gut, schon gut viele Studenten, die hier wohnen. Ja, und deshalb werde ich an dieser Stelle auch das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch so ein bisschen durch meine Orientation Week als internationale Studentin hier in den USA mitgenommen habe. Und ja, ich bin excited auf den Start des Semesters. Erster Tag von Klaas ist. Ja, das ist dann am Montag. Und dann wird es hier, glaube ich, auch nochmal wirklich sehr viel anders, weil sie jetzt halt sehr ruhig war. Ja, es hatten voll wenige Gebäude auch offen. Und ja, I'm excited. Ich hoffe ihr auch. Und folgt mir gerne auf Instagram und TikTok, falls ihr das noch nicht habt. Da gibt es auch Daily Updates. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Abend, nach dem Tag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik